Das stimmt, Greti, ich muss mich bei dir entschuldigen. Wir streiten uns nachher immer, wer recht hatte, wer nicht recht hatte. Und unter uns, ohne jetzt hier Stimmung machen zu wollen, meistens habe ich recht. In diesem Fall aber ist das ja noch für das Hochzeitspaar. Und deshalb kommt natürlich zuerst, steh auf, wenn du am Boden bist! Hüte zu, Hüte zu! Wenn du mit dir am Ende bist und du, einfach nicht mein Zahn bist, weil du dich nur noch fangst, warum du zuhörst. Runter mit euren Hintern! Wo sind wir? Warte, 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 warte. Ich hatte das jetzt rausgebracht, dass die Hälfte hier steht. Geht mal eben runter und wir fangen in den zweiten an. Alter! Alter! Hör mal, das schweigt mir alle! Können wir bei halb durch anfangen? Wir fangen bei halb durch an. Ja? Also ich bitte euch, haltet da unten durch! Es wird alles geschnitten, verdammte Scheiße! Ja?